Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2, hier auf dem Pixelheldenkanal mit mir, Dean Ray, und heute befinden wir uns mal wieder auf der schönen Sturminsel. Ja, heute kann man sie tatsächlich, oder zumindest jetzt mal, noch schön nennen, aber ja, wie aufs Kommando verwandelt sich das schöne Wetter in ein Pisswetter. Ja, ist natürlich auch nicht umsonst, Storm Island. Ja, ich habe mir gedacht, heute fahren wir mal ein bisschen auf Storm Island wieder, weil wir haben da noch extrem viele Rennen offen, die wir mal machen können. Und da ja jetzt gerade so dieser Übergang zwischen der alten Autowunschliste und der neuen ist, dachte ich mal, nutze ich das jetzt einfach so als Lückenfüller. Aber Lückenfüller heißt nicht unbedingt, dass die Folge schlecht sein muss. Nee, wir fahren jetzt heute hier mit diesem Volkswagen, ja, Desert Dingo Racing Stock Buck, ja, mit dem Käfer von 1970. Das ist ja damals, glaube ich, bei so einer Rallye in Mexiko oder irgendwie sowas, ist der ja angetreten. Und ja, ich dachte, wir fahren einfach mal das gute Stück hier. Das ist eigentlich ein ganz gutes Fahrzeug. Ist nur in der D-Klasse, muss man sagen. Oh, ihr seht das, D372. Aber das Ding hat eigentlich richtig gut Bums. Das geht eigentlich schon gut nach vorne. Und gerade auch im Gelände fährt sich das Ding richtig, richtig geil. Und ich würde einfach mal sagen, wir fahren da jetzt einfach mal in der heutigen Folge einfach mal ein bisschen auf Storm Island weiter. Ich weiß nicht, ob wir das Auto jetzt auch noch wechseln dann in der Folge oder auch noch auftunen. Das mache ich dann einfach ganz spontan. Wir, würde ich sagen, gehen jetzt erstmal zur nächsten Veranstaltung. Und diesen kleinen Käfer hier, den dürfen wir in der Offroad-Meisterschaft fahren. Und ja, in der Offroad-Meisterschaft, da sind so Fahrzeuge drin wie zum Beispiel ein Hammer H1 oder H2 oder was das auch nochmal ist hier. Und ja, wir nehmen aber hier unseren VW-Käfer. So, hier seht ihr es auch nochmal. Genau, hier der Hammer H1 ist da mit dabei. Alle möglichen Fahrzeuge sind hier drin. Zum Beispiel den Jeep Willis hätten wir auch noch nehmen können. Aber ich nehme jetzt einfach mal den hier und gucke mal, wie wir uns mit dem schlagen können. Damit sie auf Storm Island Konkurrenzweg Auto haben, sollten sie es im Fuhrpark mit Rallye-Upgrades ausrüsten. Ja, will ich aber jetzt nicht. Ich will den mal so lassen. Ja, ohne diese Storm Island Kits. Wir lassen den mal serienmäßig. Willkommen zu dieser Offroad-Meisterschaft. Diese draufgängerischen Schlitten sind wie gemacht fürs Gelände. Daher haben wir jetzt ein paar Geländerennen für dich geplant. Such dir ein Rennen aus, damit wir loslegen können. Genau, und dann gucken wir einfach mal, wie der so in der Serienvariante gegen die anderen so performt. Wenn das jetzt natürlich schief geht, wie gesagt, müssen wir wohl oder übel in die Werkstatt ein bisschen nachhelfen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal hier auf der Sturminsel hier mit dem Serien-Rallye-Käfer. Auch so eine geile Artenne. Seht ihr die? Ja, am Fum-Kontakt bleiben, dass wir nicht verschollen gehen. Und eben halt auch mal ohne die entsprechenden Storm Island Federn und so weiter. Weil der hat ja eigentlich schon ganz gute Federn. Aber schauen wir einfach mal. Lassen wir uns mal überraschen, wie das jetzt hier klappt. Dann wählen wir das gute Fahrzeug aus. Gucken wir auch gleich mal auf die Konkurrenz, was die so fahren. Ob die jetzt vom Setup angepasst sind oder nicht. Im Normalfall ist das ja so. Aber da wir mit D300 irgendwas da ziemlich tief sind, wollen wir mal gucken auf jeden Fall. So, Cross-Country-Circuit. Und ja, da fahren einige Jeep Willis mit. Okay, gucken wir mal. Oh, ne, nicht Schwierigkeit, nicht, sondern Startausstellung. Ja, die sind alle ungefähr auf unserem Niveau. Fahren jetzt natürlich nicht alles, alles, alle mit. Aber es sind viele alte Schlitten auch mit dabei. Aber gucken wir jetzt einfach mal. Wie das so mit dem hier funktioniert. Aber ich denke, wir werden wahrscheinlich um Tuning, werden wir nicht drum rum kommen. Aber schauen wir jetzt mal. So, jetzt erstmal hier berghoch. Oh, Gang zurück hier. Aber fährt sich ganz geil, muss ich sagen. Geht gut um die Ecken. Federt gut alles ab. Also macht schon Spaß zu fahren, definitiv. Jetzt sollten wir nur noch halt irgendwie nach vorne kommen, ja. Und nicht nur Spaß am rumhüpfen haben. Komm, 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 zieh, 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 zieh. Der fährt ja mehr in die Karre. So, zwei Runden fahren wir. Komm, 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 komm. Ja, ein bisschen Schneckentempo, ne? Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Oh, als wir aufpassen, wir müssen mich hier nicht nur überschlagen. Das kann hier auf Storm Island ja mal schnell passieren. Ja, ich glaube, ein bisschen müssen wir... Wobei es geht, wir arbeiten uns langsam und gemächlich nach vorne. Das war ein bisschen zu tief. Jetzt über den Sprung. Wir verlieren da gerade viel Plätze. Also die Konkurrenz hier scheint ein bisschen besser betut zu sein. Auch der große Hammer da vorne, der große Bus scheint hier richtig gut durchzukommen. Jetzt kommen hier alle von hinten an. Also irgendwie haben wir da viel zu wenig Bums mitgenommen. So wie der Schwung. Boah, der drückt uns hier jetzt noch seitlich raus. Alter, ist gut jetzt hier. So, jetzt haben wir den Hammer davor. So, hier kommen wir ein bisschen besser jetzt rum. Mal gucken, ob wir das gewinnen können. So, der drückt mich jetzt hier. Boah, da drückt der Nächste. Also hier mit Körperkontakt noch und nöcher. Ich glaube, Gewinnen ist hier eher nicht drin. Ey, die sind alle voll am rumdrücken. Da lässt mich gar nicht einlenken. Schon scheiße sowas. Das mag ich nicht. Ja, also ich glaube, um Tuning kommen wir wirklich nicht drum rum. So, und jetzt hier. Holala. Uiuiui. Ja, Storm Island, wie gesagt, machen wir jetzt halt mal hier eine Folge. Aber ich denke, wir werden es im Let's Play auf jeden Fall noch fertig machen. Vielleicht machen wir da auch mal so eine ganze Folge-Reihe durch oder sowas. Aber vielleicht gibt es ja auch der ein oder andere, der sich ja auch ein Auto wünscht hier mit der Rally-Offroad-Ausstattung. Und es dann hier vielleicht auch reinpasst. Dann wäre das natürlich auch natürlich perfekt. Dann könnten wir hier in Storm Island weitermachen. Und ich könnte einen Auto-Wunsch abhaken. Das wäre ja auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich aufpassen. Die kommen jetzt hier wieder mit viel mehr Schwung. Also hier berghoch fehlt eben einfach die Power. Das ist einfach Wahnsinn. Kommt sie! Gibt es nicht, ey. Ja, also da fehlt eindeutig die Power. Da müssen wir jetzt gerade echt mal schnell nachtunen. Da kommen wir wirklich nicht drum rum. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Definitiv. So. Dann bauen wir das Ding jetzt mal richtig auf. Also, in der Serienversion hat es jetzt nichts gebracht. Da müssen wir jetzt hier ein richtiges Geschoss machen, ja. Richtige, richtige Power-Käfer. So. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit. Und ich spring mal schnell da zurück. Ist zwar nicht so weit, aber ich spring trotzdem mal schnell zurück. Ich möchte ja hier nicht die ganze Folge im Tuning-Menü verbringen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal ganz fix. Upgrades. Und dann würde ich mal sagen, dann machen wir... Was gibt es denn hier flügeltechnisch? Nee, okay. Das ist kacke. Hier. Auch kacke. Hier können wir einfach nur das Ding wegmachen. Nee, das lassen wir mal dran. Ein bisschen Puffer brauchen wir ja. So. Dann würde ich mal sagen, dann fangen wir mal an. Hier machen wir einfach mal hier die Storm-Island-Mischung drauf. Ja, die gibt uns natürlich... Die ist viel... Guck mal, wie schmal die sind. Voll schmal, ne? Voll die Fahrradreifen. Das können wir nicht so lassen. Da brauchen wir ja richtig dicke Geschosse. 225er ist auch jetzt nicht die Welt, aber... Immerhin etwas besser, ja. 265er hinten, das ist schon mal... Dezent besser. Ja, wir haben ja auch nur Heckantrieb. Muss man auch dazu sagen. Felgen, lasse ich mal. Die alten Dinger. So. Äh... Genau. Jetzt müssen wir hier erst mal hier Getriebe... Machen wir hier... Storm-Island-Getriebe rein. Machen wir noch einen Diff rein. Also ich lasse es auf jeden Fall auf dem Heckantrieb. Ich will das jetzt echt so haben, wie es halt ist. So, wir machen richtig geile Bremsen. Wollen wir weniger Bremsen werden. Dann machen wir hier... Das Ding hier rein. Komm. Mal jetzt rein, das Ding. Dann die Stubbys. Bau dich ein. So. Das ist echt furchtbar, dass manchmal das... Einbauen einfach so lange geht. Dass er da so lange rumrödelt und berechnen muss. Und schießt mich tot. So. Jetzt Leistung. Da kitzeln wir jetzt doch jetzt was raus. Also erst mal ein bisschen mehr drehen will ich hier. So. Ich will ungefähr auf... Ich will ungefähr auf 200 kW kommen. Ja. Ich will jetzt hier richtige Bums haben. Richtige Bumsbiene, ey. Bumskäfer. Nicht Biene. Ich möchte einen Käfer haben. Keine Biene. So. Was machen wir denn dann noch? Dann machen wir... Ups. Dann machen wir hier die... Den Hubraum. Machen wir jetzt hier richtig fett. Dann sind wir schon bei 139. Aber ich glaube, wir können alles einbauen, oder? So wie ich das gerade sehe. Dass wir hier auf die... Auf den... Auf den Wunsch... Wunsch-KW-Zahl kommen, die ich gerne hätte. Ah, 176 kW. Ich hoffe, das Ding ist noch fahrbar, ne? Sonst haben wir nämlich echt ein Problem. Äh, das haben wir nicht. Das haben wir schon. Dann machen wir da noch ein bisschen was. Klar, wir lassen das jetzt so. Bleiben wir bei 186. Komm, das passt. Der Rest lassen wir. Äh... Zack. Dann... Ups. Dann tune ich das Ding jetzt nochmal kurz schnell. Bisschen Feintuning. So, das lassen wir mal so. Dann machen wir ein bisschen mehr. So, dann machen wir weniger. Ein bisschen. So, Federn sind schon extrem weich. Dann machen wir ein bisschen wieder runter. Man muss es ja nicht übertreiben. Und da darf auch ein bisschen... Bisschen hart darf er sein. Minimal. Äh, das passt soweit ganz gut. Schauen wir mal auch ein bisschen. So, vielleicht. So. Das lassen wir auch alles. Da machen wir mal ein bisschen weniger. Ui, lulululul. 0815 Setup. Funktioniert immer gut. So. Zack, übernehmen wir. Zack, zack, zack. Und jetzt... Jetzt fahren wir allen davon, habe ich mir vorgenommen. Mit unserem 750er Li. Geht es jetzt richtig voran. So. Nacht ist auch schon da. Wetter ist immer noch beschissen. Wir fahren jetzt gerade hier runter. Wow. Okay. Okay. Das wäre jetzt auf jeden Fall sehr lustig zu fahren, merke ich gerade. Ja, mehr Power, zu viel Power ist auch nicht immer gut. Aber ich hoffe jetzt auch nochmal, ich kriege das hin hier. Und können unserem Käfer vielleicht auch gleich Flügel verleihen. Man weiß es nicht. Temple Extreme, irgendwas. Ja, Extreme klingt immer gut. Wir haben jetzt nämlich auch den Extreme Käfer. Das ist doch klar. Jetzt gönne ich mir aber nochmal einen Schluck. Außer Dose. Und dann ja hier bei schönstem Wetter. Dürfen wir jetzt hier. Und da fahren dann schon andere Kaliber mit, so wie ich das sehe. Mal gucken wir mal, wie wir gegen die jetzt hier bestehen können. Unter anderem auch der alte Lambo LM. 2000 dabei. So, am Start verlieren wir ein bisschen. Ja, wir haben halt kein Allrad. Ja, das ist, muss man sagen, die Konkurrenz hat hier zum Teil natürlich Allrad. Was natürlich einen dezenten Vorteil im Gelände bringen könnte. Uh, da fliegen wir schon. Habe ich es nicht angekündigt, wir werden fliegen. So. Ich werde mich jetzt hier irgendwie durchkämpfen. Boah, und das ist echt krass, wie es Heck kommt. Und dann drehen wir uns ein. Das ist halt echt, wenn man nur einen Heck hat. Und dann auch so einen kurzen Radstand. Ich glaube, wir müssen tatsächlich ein Allrad einbauen, ja. Das wird sonst zu heftig bei dieser Power. Gerade im Gelände. Da haben wir jetzt richtig Zeit verloren. Boah, die sind alle im Weg. Ich komme nicht vorbei. Und ich wiege so wenig im Vergleich zur Konkurrenz. Komm rum da. Hey. Die nutzen echt ihre Masse aus. Und ich drehe mich schon wieder ein. Ey, das gibt es doch nicht. Ja, das ist echt scheiße mit dem Heckantrieb hier. Ich habe halt kein bisschen... Das Ding ist halt echt mehr so... Für das Mega-Gelände ist das Ding einfach nicht ausgelegt. Für den Schottern so ist das, glaube ich, ganz okay. Aber so für das Gelände... ...habe ich jetzt echt gerade so ein bisschen meine Probleme. Gerade bei den schnellen Kurven. Dreht sich das Heck einfach mit ein. Man nutzt auch das extreme Gegenlenk. Nächste. Und jetzt sind wir ganz, ganz weit hinten. Erst die Hälfte rum. Vielleicht können wir nochmal aufholen. Wäre ja nicht schlecht. Boah, Alter. Das war echt ein Gruß an die Federn. Und da kommen Bäume. Finde nicht so geil. Läuft gerade nicht so richtig hier mit dem Käfer. Zum Glück haben wir nicht noch mehr Power eingebaut. Das wäre richtig nach hinten losgegangen. Nicht so schon viel zu viel. Alter, komm mir den Vorsprung an. Wir sind nur 10 da. Wir sind richtig schlecht positioniert. So. Drei Viertel haben wir rum des Rennens. Und jetzt rutsche ich hier ein bisschen zu weit raus. Wir kommen nochmal ran, aber... Oh, das gibt, glaube ich, richtig Scheißpunkte. Wir haben uns halt viel zu oft eingedreht, ja. Das kostet natürlich mega viel Zeit. Davon ist schon das Ziel. Das war nix. Ja, da müssen wir nochmal in die Werkstatt gehen. So ist das kacke. Ja, geil. Drei Punkte. Das sieht nicht so gut aus. Ja, nur 90... Buh. Mal gucken, ob wir das noch aufholen können überhaupt. Also da müssen wir jetzt auf jeden Fall zwei Siege holen. Sonst haben wir ein Problem in der Klasse. So, dann müssen wir auf jeden Fall direkt zurück. Das war wirklich ein Satz mit X. Puh. Ja, okay. Allrad. Hoffe ich doch, dass der hilft. Und dann muss ich... Ja, ich muss... Ich glaube, ich weiß, was ich auch noch ein bisschen umtunen muss. Also, auf jeden Fall Allrad rein. In die Kampf-Sau hier. Aber bei der Leistung... Ja, brauchen wir das einfach. So. Äh... Upgrades. Was kann ich für dich tun? Umbauten. Andrieb. Allrad. So. Und dann... Äh... Diva wahrscheinlich, jawohl. Der Rest müsste eigentlich passen. Oder ja, da ändert er nix. Und Motor eigentlich auch nicht. So. Dann nochmal hier, äh... Wie bepasst. Das passt auch. So. So. Da... Machen wir auch mal so. Das passt auch manchmal dezent mehr aufs Heck. Ja, so. Zack. Und jetzt hoffe ich einfach, dass das Ding sich bombe fährt, ja. Ansonsten habe ich ein Problem. Ansonsten haben wir echt tatsächlich, glaube ich, zu viel Leistung da drin. Und dann kriegen wir das irgendwie nicht hier auf den Dreck. Auf dem Asphalt kann ich ja nicht sagen. Gucken wir mal. Das werden wir jetzt auf dem Weg dahin, glaube ich, ganz, ganz schnell schon merken, ob sich das Ding jetzt gut fährt oder nicht. Jetzt sind wir nicht viel Kurven gefahren. Ui, ui, ui. Ganz viel Wald. Da sehe ich eine Lücke. Da fahre ich durch. So, ja. Wenn es gerade ausgeht, ist alles gar kein Thema. Da kann ich sogar präzise dadurch mich schlängeln. So, jetzt gucken wir mal. Ja, es sollten auf jeden Fall jetzt zwei Siege her. Sonst haben wir definitiv ein ganz, ganz großes Problem. Das ist schon mal sicher. Aber gucken wir mal. Ich bin mal gespannt. So, scheiß Wetter haben wir auf jeden Fall schon mal. Das ist super. Da fühle ich mich wohl. Und jetzt go, go, go. Jetzt am Mittalrad sollten wir doch gegen die anderen vielleicht ein bisschen besser dastehen. Weil wir am Start auch schon mal nicht so viel Wheels bin. So, und da kommt der erste Sprung. Ui. Den haben wir auf jeden Fall schon mal überlebt. Und nochmal ein kleiner Sprung. So, jetzt kommen Kurven. Das wird interessant sein. Ja, das wird sehr interessant sein. Und da fahre ich gegen die erste Hausmauer. Oh, oh, leck. Ja, gut. Wir wiegen halt immer noch nicht viel, ja. Das Auto ist immer noch relativ leicht. Zwei Runden fahren wir. Auf der Strecke hier. Oh, der schiebt wahnsinnig über die Vorderachse. Wahnsinnig untersteuernd jetzt das Ganze. Das ist natürlich nicht so geil. Das hat er vorher ein bisschen geiler hingekriegt. Uah. Na klar, wenn wir da halt jetzt 45% Antrieb auf der Vorderachse haben, dann ist es halt klar, dass sich da die Fahreigenschaften schlagartig ändern. Aber durch das etwas erhöhte Untersteuernde, ne, ist ja logisch, dass halt dieses Eindrehen, dieses quasi extreme Übersteuern dann auf einmal weg ist. Oh, und ich fühle mich echt total gemobbt hier in der Klasse mit dem kleinen Auto. Ich meine, die Jeep Willis, die fahren ja auch nur hinterher, aber die anderen, die sind alle größer, schwerer, die drücken mich gerade weg, wie sie lustig sind. So. Und, oh, er untersteuert der, ne. Also selbst in diesen Kurven hier habe ich echt so meine Probleme. Ja, und ich bin im Drehzahlbegrenzern, kriege ich es gar nicht mit, ja. Und das ist schon das Ziel, oder was? Achso, ne, wir haben ja zwei Runden. Das heißt, wir haben noch eine Runde da aufzuholen, aber aktuell verliere ich eher Zeit. Oh, ja klar, schub mich noch raus, ey. So eine Kacke, Mann. Was soll denn der Dreck? So, jetzt sind wir erstmal führender, weil der eine gegen Baum gekarrt ist, aber ich fahre jetzt hier auch fast gegen Baum. Boah, das wird spannendes Rennen, definitiv. Ich bin sowieso kein so Geländefreund. Boah, da bin ich nicht so gut drin. Da muss schon das Auto einiges können, damit ich hier gut performe. Und, oh, aktuell ist es echt so auf der Kippe, sage ich mal. Aber wir müssen gewinnen, wir brauchen jetzt die 20 Punkte. Alles andere hilft uns nämlich hier nicht mehr, sonst gewinnen wir die Meisterschaft nicht. Oh, wir springen daneben. Das hat jetzt auch Zeit gekostet. Nein, ein Baum. Oh, der kommt, die kommen. Oh, nö, 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 nö. Komm, 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 komm. Zieh, zieh, zieh. Wieder gang. Komm, komm, komm. Komm da runter jetzt. Deins Ziel. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Ja, yes, haben wir es geschafft. Mit Ach und Krach, ja, mit Ach und Krach. 20 Punkte ergattert. Und jetzt sind wir noch ein Punkt hinten dran. Und es führt tatsächlich auch nochmal ein VW. Aha. Da habe ich vorher irgendwas falsch gemacht, wenn da jetzt auf einmal ein VW führt. Aber egal. So. Ähm. Noch ein Rennen haben wir in der Disziplin. Und das Rennen will ich auf jeden Fall auch gewinnen. Müssen wir fast gewinnen. Also müssen wir auf jeden Fall vor dem anderen sein, ja, dass wir mehr Punkte reinholen. So, dann müssen wir da rüberfahren. Mal auf die richtigen Straßenseite. So, fahren wir mal hier durch den Wald, weil ich's kann. Oder auch nicht, weil die Bäume nicht wollen. Ach, come on, jetzt. Stellt euch nicht so quer. Ihr komischen Bäumlein. Ey. Was geht bei dem hier? Der chillt. Chilt einfach mal so im Leben lang. Das war die Fahrspaßliste. Die haben wir hier aber glücklicherweise schon abgehakt. So. Und jetzt, äh. Letztes Rennen in dieser Kategorie. Ich hoffe, ich gewinne. Das war gerade eben schon sehr, 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 sehr knapp. Und es könnte wieder sehr, 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 sehr knapp werden. Aber ich hoffe einfach mal das Beste. Nämlich das Wetter ist auch gut. Und bei bestem Wetter fährt natürlich auch der Käfer besser. Freut sich der Käfer. Ja. So, jetzt aber. Komm. Du alte Schüssel. Zeig, was du kannst. Und rein ins Gelände. Wiii. Und jetzt kommt da noch ein geiler Sprung gleich. Oh. Das kommt nicht gut. Boah. Das war echt gerade heftig. Wo müssen wir denn hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fast die Kurve nicht gekriegt. Ganz schön kurvig hier gemacht. Da oben müssen wir gleich auch nochmal umkehren, sozusagen. Boah, da haben sie auch nochmal einen Checkpoint. Ich wollte schon früher einlenken. Aber das war... Da haben sie gewusst. Da haben wir nochmal einen Checkpoint da ganz hinten hin. Auf die Idee kommen wahrscheinlich noch mehrere Leute. So, jetzt müssen wir da rüber. Boah. Die Sträucher, die bremsen so aus, ja. Die sollte man am besten nicht mitnehmen. Gerade bei unserem Leichtgewicht ist das echt eine richtige Blockade. So, jetzt da rüber. Mal hier rüber. Oh, la, la. Und die sind halt natürlich richtig nah dran. So ein Fehler und das Rennen ist gelaufen. Das heißt, konzentriert und trotzdem schnell bleiben. Und ich fahre hier gerade voll in die Pampa, ja. Also viel zu konzentriert bleiben. Und da ist immer schon die Führung los. Aber ich glaube, das ist nicht der Führende hier. Das wäre nicht so schlimm, wenn der jetzt vor uns bleibt. Aber gucken wir mal. Jetzt hier bloß kein Heubander mitnehmen. Die bremsen nämlich auch aus. Ob man es glaubt oder nicht. Geht's hier gleich rechts lang. Wahrscheinlich kleiner Sprung hier. Oh, la, la. Oh, das wäre jetzt eine scharfe Kurve. Brems schon mal an. Auf vorne, nächster Check. Oh, da ist vergleichtes Ziel. Aktuell sind wir Führung dann noch. Fragt sich nur, wie lange. So, dann viele Sträucher. Bremsen die aus. Das ist echt nicht mehr feierlich. Boah, bremst das aus, Leute. Das bremst richtig aus. Jetzt durchs Ziel. Komm, 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 komm. Ja, komm, ja. Gut. Bam. Jungs, wir haben es nochmal geschafft. Und Mädels natürlich. Möchte ich nicht unterschlagen. Und wir, äh, gewinnen das Ding. Und wir gewinnen das Ding. Gewinnen, gewinnen. Yeah. Sehr cool. Dank dem Allrad, ja. Haben wir es noch geschafft. Und Level abkriegen wir auch noch. Das heißt, wir können einmal Rad drehen. Yeah. Cool. Ja, dann würde ich sagen, da fahren wir auch, äh. Äh. Achso, wir müssen sowieso zurückfahren. Das gehört ja hier irgendwie dazu bei Storm Island. Wenn man so ein Ding abgeschlossen hat, muss man ja direkt zurückfahren zum Posten hier. Hier irgendwie durch den Wald. Zack, zack. Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Na, es war klar, dass das nicht gut geht. So. Zack. Dann betreten wir das Ganze mal. Und, äh, jetzt muss ich hier hin, oder? Alles haben wir es geschafft. Ah, jetzt könnten wir das Gauntlet fahren. Wollen wir das noch fahren? Komm, das fahren wir. Dann schalten wir nämlich Tier 1 frei. Dann haben wir alles freigeschaltet. Woohoo. Na, fast alles. Außer das finale Gauntlet. Ja, das mache ich. Jawohl. Gut. Sag doch noch mehr, Ben. Und schweig doch nicht so viel. Äh, so wenig, was auch immer. So, komm, fahren wir da hin. Machen wir noch ein Gauntlet. Und zum Abschluss der heutigen Storm Island Folge von Forza Horizon 2 mit unserem Käfer. Und auf dem Bild habe ich einen Rallye Fighter gesehen. Und ich erinnere mich, ja, noch nicht lange ist her, da bin ich schon mal einen Rallye Fighter gefahren. Und das ging richtig schief. Also deswegen, äh, ja, bin ich mal gespannt. Und, so, aber vielleicht, ah ja, der auch noch auf dem Bild und ich muss ihn tatsächlich nicht fahren oder so. Mal gucken. Das werden wir gleich sehen. So. Sled. Und. Darf ich gleich fahren? Oder nicht? Bin total ungeduldig, muss ich sagen, was die Ladenzeilen angeht. Immer noch. So, Gauntlet. Sieht wieder wie immer. Super Wetter. Und ich darf tatsächlich diesen Rallye Fighter fahren. Das Heftigste bis jetzt. Perfekt, dass ich ja jetzt den Rallye Fighter fahren darf. Von dessen Eigenschaften ich ja total überzeugt bin. Ja geil, kommen wir mal aus dem Pot, ey. Also der hat gar kein Allrad, ne? Also somit kommt es mir so vor, weil der ist jetzt gerade gar nicht aus dem Pot gekommen. Oh Gott, das Heftigste. Oh Gott. Ich glaube, es geht richtig schief hier. Drückt mich jetzt einmal hier überall durch irgendwie. Das ist mir scheißegal. Alter, das Ding ist nur am Durchdrehen, ne? Ich habe nur Wheelspin. Mein Controller rastet komplett aus. Der vibriert mehr, wie wenn ich driften würde, ja. Ach komm, 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 komm. Alter, das ist doch nicht normal jetzt. Fast doch mal Kripp, du Scheißding. Boah, das ist ein Scheißrennen jetzt schon. Da habe ich mich ja zu was hinreißen lassen. Zack, 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 zack. Kommt er dazwischen. Ja, der brefft mich aus da mit seinem Scheiß-Mini. Der ja gar nicht so ein Mini ist in dem Fall. Aber gut, die neuen Minis sind ja sowieso nicht mehr Mini. So, ich nutze euch mal hier so ein bisschen als Stütze. Schwer ist ja trotzdem der Rallyfighter, muss man sagen. So leicht ist anders. Wir haben auf Platz 3 vorgekämpft. Gegen diese Allrad-Penner. Vielleicht hat er auch Allrad, ich weiß nicht. Aber er fährt sich definitiv nicht so wie Allrad. So, Licht braucht kein Mensch. Weg mit dem Licht. Kommt, zieh durch. Ja, bau noch eine Schanze hin. Es ist sowieso langweilig genug. So. Hier geht es ein bisschen bergab, glaube ich. Alter, der fährt da vorne voll weg. Komm mal wieder ran. Ich muss packen. Ich muss hier gewinnen. Ich habe Bock, die Scheiße nochmal zu machen. Dann die Musik noch, ne? Jawohl, da ziehe ich doch gleich vorbei. Hey, gekonnt, gekonnt ist gekonnt hier. Und jetzt habe ich aber keinen, der mir die Richtung ansagt hier vorne vor mir. Nicht so geil. Hier sind so fette, leuchtende Pfeile hier überall aufgebaut. So einen heftigen Sturm hatten sie noch nie. Aber ich meine mich erinnern zu können, da gab es schon heftigere Stürme hier. Aber ich will es jetzt nicht verschreien, ja? Ich bin damit zufrieden. Ui! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo geht es hier lang? Ich sehe nur Lichter. Bleibt weg von mir. Ich glaube, da vorne ist das Ziel, ja? Aber ich muss da auch noch irgendwie durchkommen. Jawohl, easy. Oh, war ein bisschen knapp, aber easy. Wow, du hast dich dem Gauntlet gestellt und gewonnen. Ich muss zugeben, dass ich mir nicht sicher war, ob die Leute diese Routen meistern können. Hervorragend. Ja, ich bin ja richtiges Tier, bin ich. Bin ich sowas meistern gekommen. Zack. Mit dem Rally Fighter habe ich euch einfach mal weggeowned. Ja. Such dich mal einen anderen Gegner. Zack. Und zack. Es gibt sogar eigentlich gar nicht so wenig EP, muss man sagen, für dieses Rennen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Gauntlet abgeschlossen noch. Das war doch jetzt eigentlich, würde ich sagen, ein super Folgenfinale. Auf Storm Island waren wir auch mal wieder unterwegs. Wurde ja auch Zeit. Und, achso, jetzt muss ich ja noch zurückfahren. Mal wieder. Kann man da sich... Ah, gut, die 500 Meter kann ich wirklich fahren. Und, äh... Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge weiß ich noch nicht, was ich mache. Habe ich noch keinen Plan, ob ich dann schon den ersten Auto-Wunsch dran nehme oder nicht. Das werden wir sehen. Oder ob ich dann mal vielleicht Fahrspaßlisten nochmal mache. Oder, 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 oder. Alles, alles ist möglich. Alles ist drin. Und jetzt gucken wir mal, jetzt müsste man ganz oben was freigeschaltet haben. So sieht's nämlich aus, ganz oben. Jetzt können wir hier ganz viel fahren. Hier Gruppe B ist nochmal drin und so weiter. Classic Rally. Ja, ganz coole Sache. Ja, und ganz oben haben wir noch den, äh, den letztes, letzte Gauntlet, was wir nochmal können. Und wir haben hier dazwischen ja auch noch ein paar Sachen. Also, ja, hier Storm Island sind wir auch noch nicht durch. Da werden wir auf jeden Fall wieder zurückkommen. Da braucht ihr keine Sorgen haben. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu erledigen. Ansonsten, ja, das war's jetzt mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen Spaß gemacht. War mal wieder mal ein bisschen was anderes. Aber Abwechslung schadet ja nicht, ne? Soll dir ja angeblich, äh, der Langeweile vorbeugen, wenn man ein bisschen Abwechslung reinbringt. Jedenfalls bin ich jetzt auf jeden Fall raus. Wie schon gesagt, ich bedanke mich nochmals fürs Einschalten. Falls dir die Folge gefallen hat, ein Däumchen nach oben wäre echt nice. Würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten sage ich einfach, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's play Forza Horizon 2. Hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ha. Der war Hammer, ne? Hätten wir nicht gedacht. Egal, ich bin jetzt raus. Dankeschön. Ciao, ciao. 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 Ciao.